im ernst wir sind hier zu 5 und haben angst vor zwei zielern nein ich greife nur nicht an weil die anderen nicht angreifen ich darf als ADC eigentlich nie angreifen weil natürlich ich dann sofort das sie gewählt werde und eigentlich immer als sie erstes sie gewählt werde ich halte alle ab oh mein gott oh mein gott ja ist nicht normal gott oh gott oh mein gott no attack bad 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 very bad you reported du darfst immer angreifen muss dafür schauen dass du nicht stirbst ich will ja dass ihr angreift aber ihr habt nie nie er hat ihm angegriffen und es gibt kein tank irgendwie joshua ist voll auf angriff alles mögliche es klappt einfach gar nichts weil nur solche noob spielen die keinen sinn von von ja ding ja wir pushen jetzt fängt der nächste an jetzt haut doch nicht immer ab bei mir bleiben bei mir bleiben wenn ich nichts mache machst du auch nicht lassen wir die kommen können wir lassen sie kommen und dann können wir sie genau ja genau das möchte ich hier ah der ist so dumm der ist so dumm der ist so dumm zum glück tut dummheit nicht weh okay er hat es geschafft er hat es wenigstens geschafft das ist so dumm du bist mir voll egal so jetzt haben wir schön gedreht scheisse Haha, da liegt Jinx mit einem Herzchen aus die Haare. Sie wurde durch Liebe getötet. Sie wurde von Amores Pfeil durchdrungen. Pass auf, pass auf, Hauer. Jetzt drauf gehen? Nein, 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 nein. Die Jinx scheint ein bisschen stärker zu sein als ich. Sie kennt den Charakter mehr, ich habe ihn jetzt das zweite Mal gespielt. Wenn ich drauf bin, hat er noch nicht so gut, aber sie kennt ihn mehr. Ich habe es jetzt schon vorerst gesehen, ich habe es geschafft. Ah, hau ab! Ah, du dummes Teil. Ah, ja toll, toll! Oh mein Gott, Team. Wieder mal nichts gedacht, hey. Oh. So kann ich nur sterben. Von der Jugend von heute kannst du nicht mehr so viel erwarten, Trago. Ja. Ja. Nichts mehr. Gar nichts mehr. Kein Teamwork nicht. Hau ab! Hau ab! Nicht du! Jetzt ist zu spät. Es funktioniert schon. Boah! What the fuck, ich habe fast gar kein Leben mehr. Ich muss zurück. Ja. Fuck. Sag ja, die ist zu... Oh mein Gott. Attack. Wenn. No. Help. Not. Hat er gerade gesagt, nicht helfen? Nein, er sagte, ähm, not help man. Also, du hast nicht geholfen, Mann. Ja, wenn der zu blöd ist, sind auch vier Leute alleine. Ja, eben. Eben. Du musst nicht helfen. Ich habe es ja auch geschrieben. Okay, jetzt kommt der eine schon wie mit seinem Killsnack. Ich glaube, ich bin. Ich weiß nicht, was angenehmer ist. Kindergarten oder League of Legends. Ha, er ist so dumm. Ich komme. Also, Joshua ist schon einer der schlechtesten. Er geht auf der Seite entlang. Weisst du? Er geht auf der Seite entlang. Gott, holen wir uns den? Nein. Der reimt nur auf. Stell dich dem Wind! Jetzt geh ich drauf. Ich geh drauf hoch. Wo ist der hinten? Da, da, da. Ja, so muss es laufen. Skyshot. Ah, jetzt bin ich gestunt. Jetzt habe ich kein Leben mehr. Toll. Ja, einfach meditieren und weiter. Und weiter geht's. Oh, ich habe die beste Karte. Ja, nerf nicht. Wollen wir drauf gehen auf die? Du bist mir voll egal. Na, ich möchte eigentlich schon lange, aber wenn niemand tankt. Ich kann nicht einfach angreifen. Nein. Den da. Soll ich mich gleich holen? Nein. Es ist normal, dass der sich gehalten. Ich stehe immer hinter dir, dass ich dir sofort helfen kann, wenn es ist. Ich muss mal ein bisschen Angst machen. So ein richtiger Sauhaufen. Haha. Drei getroffen. Oder zwei getroffen. Ja, irgendwie ist momentan, ey. Ja. Ja. Ich bekomme keine Keys. Ich auch nicht. Schön. Sehr schön. Ich geh schon mal pushen. Ich geh mal mit pushen. Ich geh mal mit pushen. Okay. Ähm. 7, 6, 16 fies. Müsste ja auch schlecht sein. Er hat jetzt zwar zwei Kills gemacht, aber er war ja hinten dran. Ich geh mal schon ein Bag Sachen einkaufen. Ja, dann geh ich irgendwie... Was soll ich machen? Nein, Pilze. Gehen zurück. Also ich hab jetzt Stärke der 3 Einigkeit und Klinge der Unendlichkeit. Es kommt noch diese Geisterklinge. Ja. Ich hol mir aber einen Red Buff. Weil wo ist du? Kannst du mal schon Wasser oder so setzen? Dann kannst du dir helfen. Nee, nee. Aber du kannst wenigstens zu dir TP'n. Du musst jetzt nicht TP'n. Jetzt lieber... Alter! Mit Gerät! Ja, nicht drin! Oh je. Ich kann dir nicht helfen zu viel. Soll ich da reingehen? Ich kann die Locker alle killen. Ich kann die Locker alle killen. Da! Nicht aufhören. Das K-Shot. Das K-Shot. Das war ein K-Shot. Das war ein K-Shot. Das war ein K-Shot. Das war ein K-Shot. Soll ich nicht weiter mit dem anderen, was sonst will ich schlappen, nicht? Gut Job. Wetten jetzt! Wetten jetzt kommt er wieder mit Killsnack. Wetten wir! 2-4. Ich habe nur die besten Absichten! Ich bin ADC, ich müsste eigentlich nicht tanken. Der Tank soll rein. Ich unterstütze und töte. Ah, helft doch! Ihr seid so Noobs! Ja, komm doch! Ey, was machst du jetzt? Was hast du gemacht, ey? Ich werde von 5 angegriffen, du machst nichts. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Du musst es früher sehen. Aber ich habe wenigstens 10 Tötungen. Ich bin der Beste von allen im Spiel. Wow! Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich bin immer der, den du schützt. Also ja, nicht immer schützen. Also wenn es aussichtslos ist, nicht. Aber sie konzentrieren immer auf mich. Da musst du eigentlich mir auch ein bisschen schön helfen können. Einfach alle deine Attacken einsetzen, wenn sie auf mich losgehen. Okay. Das gehört alles zum Plan. Aber schon gut. Es ist ja eigentlich noch gut ausgekommen. Aber eben, ich wurde nicht unterstützt. Joshua macht überhaupt nicht. Welches Level hat Joshua? Joshua weiss nicht. Also, in-game hat Level 16 jetzt. Nice Team. Also, was hat denn der geraucht? Wer will schon brav sein? Der kann doch anfangen. Ich gehe noch rein. Soll ich reingehen? Drago? Nein! Siehst du ja? Du bist nicht der Tank. Du müsstest sowieso nicht angehen. Joshua ist der Tank, aber der macht ja nichts. Der hat keinen Schwanz. Der hat die ganze Zeit ab. Der haut sogar von mir ab. Schau, jetzt werde ich wieder natürlich angegriffen. Weil ihr nicht angreift wieder. So ist sie, ihr greift eben noch nicht an. Ich habe kein Leben. Respekt. Ich habe genau noch die 200 Leben. Was macht denn der eigentlich? Damit das eigentlich... Der ist einfach abgehauen. Der ist einfach abgehauen. Grund zur Panik! Was, wenn ich eine Waffe hätte, die Wacken schießt? Ich weiß nicht. Ja.. Jetzt haben wir Vorteile damit. Bleiben wir mit. Auch wenn die irgendwo ans Drum gehen. Wir bleiben mit. Hahaha genau das wollte ich Abhauen Ich werde noch ein bisschen schneller Genau deswegen Ja noch ein bisschen abhauen Ich sag gleich was echt cooles Haha noob Noob Joshua äh nicht Joshua Xen ist so extrem schlecht Not really good game Jaja jetzt ist wieder der lag Shoot Ich hab 3484 Sooo Jetzt mach ich sowieso Ja aber some damage Jetzt mach ich hier noch Das Teil Oder Ja Slowen ist sehr wichtig Und jetzt hab ich Leben gekauft Ja Komm angreifen angreifen Sie ist am Turm Ich komm gerade Ja wieso bist du in die Basis zu Ja ok Ich bin nicht zurück Dragul Ich bin gerade erst wieder Aha Ja schon gut Ich meinte die anderen Weißt du Ja 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 mit einem Tower zu stören. LOL der geht einfach rein. Der geht einfach rein. Und schon weg. Mann, ich bin so extrem stark am Schluss. Das war einfach geil. Ok, Dankeschön fürs Zuschauen. War trotzdem ein bisschen lustig. Immer das hin und her. Wir hatten zwei extrem schlechte Mitspieler gehabt. Und einer war so, ja, relativ gut. Du hast eigentlich relativ gut gespielt. Hast halt noch ein bisschen viele Fehler gemacht. Aber das wird schon. Und du hast halt von dem Level her sehr einen Nachteil gehabt. Aber du bist gut reingegangen am Schluss. So wie ich das sehe. Ja. Also. Dann sehen wir uns bei einer nächsten Folge wieder. Ich mache jetzt wieder öfters. Leads of Legends. Und jo. Bis denne. Tschüss. Bye-bye. Ausladen. Vielen Dank.